Eure erste Mission lautet, Burg Guadamur in Spanien zu verteidigen. Oh, ich liebe Verteidigungsmissionen. Hier hinten brauche ich eigentlich gar nichts. Ich ziehe das alles vor. Auf die Plätze, Männer! Steinkipper und sowas habe ich viele. Ah, diese Brandwagen hatten sie. Okay. Ihr müsst wahrscheinlich gleich... Ach, ich vergaß. Die Dinger sind ja eigentlich da, um Pechgräben vorzeitig zu entzünden. Ich muss meine Leitern glück einsetzen. Ach, ich habe ja bloß hier Baumstämme. Die werden uns einfach überrennen mit ihren Truppen. Ja, von mir aus. Okay, wir haben eigentlich ziemlich viel hier hinten. Das heißt, wir können die hier problemlos abballern. Äh, die können hier problemlos rein. Ich darf nichts löschen. Das ist gemein. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde! An die Welle! Genau. Ich ziehe jetzt zurück. Er hat Brust gesagt. Er versucht mal zu gehen. Wir gehen in die nächste Defensive. Ja, er lauft doch mal. Ihr müsstet eigentlich viel schneller sein. Also würde ich mich freuen, wenn ihr die Zeit auch nutzt. Waffen schultern. Vermann die Brüstung! Gebt uns nur ein Ziel. Lauft. Raucht auf die Welle! Raucht auf die Welle! Raucht auf die Welle! Wir bleiben hier. Okay, so geht's auch ganz gut. Hey, man, könnt ihr auch rundherum rennen? Ach, das ist ja clever. Die müssen ja rundherum rennen. Ja, das ist echt clever gemacht, muss ich sagen. Euer Zeichen, Sire! Auf die Plätze! Bogenschützen? Bereit machen! Raucht auf die Welle! Raucht auf die Welle! Läuft er dir nach? Ne. Dann würde ich sagen... Raucht auf die Welle! Hoch da. Wir sind eure Leute! Eure treuen Bogenschütze! Ihr auch? Ich glaube nicht, dass sie das packen. Welchen Sinne dieser Steinkipper hier vorne? Der? Ich verstehe es nicht. Das packen die doch niemals. Die haben die schnellen Truppen alle schon verloren. Das war's. Aber wo ich sagen muss... Das Ding hier ist echt blöde platziert, muss ich sagen. Das wäre hier drüben viel besser aufgehoben. Und hier wären Baumstämme auch besser. Warum rennt denn mein König hier rum? Ist der doof? Zack, zack, zack! Pieken ihre nach vorn! Bereit machen, Pieken! Sire! Pieken schultern! Habe ich mir vielleicht auch so simpel empfohlen, hier lang zu rennen. Das könnte sein. Wieder hier hoch. Und hätte ich gesagt, wir fangen die doch jetzt hier ab. Ja, das wäre schön. Die müssten wir jetzt eigentlich packen. Also hier so Baumstämme wären viel cleverer gewesen. Jetzt wären die alle niedergeschossen. Das ist eine relativ wirklich simple Mission eigentlich. Pekiniere halten halt eine Menge aus. In der Zwischenzeit werden die Nieder geschossen. Das war's. Wir haben allein schon die Zahlen, äh, Zahlen, wie sie übermacht. Das war's. Seitdem kommt noch eine Welle. Das war... Leichter als erwartet. Yay! Niesmissionen lautet ja, wir in Bergen der Pyrenäen zu belagern. Oh nein, ich hasse Belagerung. Habe ich kaum erwähnt, aber ihr wisst's. Ah, so schalte ich um. Kann ich auch so? Ne, ich muss so umschalten. Interessant. Hm. Mhm. Oh nein, ein Katapult. Was haben wir denn? Auf euren Befehl! Bogenschützen und Leitanträger. Erwarte Befehle. Die Männer sind guter Dinge. Wer weiß, was die noch... Aber die haben keine, keine wallmontierten Kipper. Das ist schon mal gut. Äh, keine wallmontierten Kipper. Doch, die haben sie ja. Also defensivenmäßig ist das gar nicht so doof. Erstmal umschauen. Wahrscheinlich haben wir nicht genug Bogenschützen. Äh, die haben ja hinten noch Armbrustschützen. Wir müssen das so angehen, dass wir die Bogenschütze von erst wegholzen. Dann mit den Leitanträgern rein und die Schwertkämpfer... Oh, das ist der König. Er hat nicht mal einen richtigen Bergfried. Eigentlich wäre das wahrscheinlich der Bergfried, weil Bergfried ist eigentlich nur ein befestigtes Haus. Kann auch ein befestigtes Haus sein. Aber das Katapult macht mir ein bisschen Angst. Hey, das ist noch aus dem ersten Teil. Ähm, na gut. Aggressiv. Verteidig die Leitern. Ich bleibe hier stehen. Ich hasse Katapulte, wenn wir sie gegen uns haben. Oh, okay. Lasst euch ruhig abballern, das ist okay. Boah, ist das Böse. Männer, an die Waffen. Bereit. Los, an den Wall. Wir sind bereit. Rauf auf die Welle. Mit schneller. Künstliche Intelligenz. Wer kennt den Film nicht? Ja, ja, gute Idee. Hallo. Hey. Ach, das ist separiert. Oh, das habe ich nicht gesehen. Kacke. Ich dachte, hier geht's hoch. Oh, ist das blöde. Die ersten Mal gehen hier rüber. Das Ding macht uns zu viele Probleme. Geht mir erstmal alle da hin. Leider ja. Wie viel hält denn der Typ aus? Durchrennen, wenn es geht. Das ist keine Chance gegen den. Und lieber den da, der schmeckt. Kaputt machen, wenn es geht. Ey, steht da drin, wie braucht ihr denn? So, jetzt. Zehn Stück haben wir noch. Durchrennen. 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 Ja, bleib du mal stehen. Lenk sie ab. Durchrennen. Los an den Wall. Los an den Wall. Fuck mal nicht mehr. Sie sind halt keine Ritter. Oh Mann, ich habe mich da echt verkalkuliert, muss ich sagen. Das war echt blöd, dass ich... Ich habe echt gedacht, da vorne kann man... Das ist verbunden, aber das haben sie... Das haben sie wirklich schlau gemacht, so. Heißt, ich komme hier auch nicht durch. Ich hätte dich auch direkt reinrennen sollen. Das gemeine in Belagerung ist ja, wenn die einen angreifen... Oh, ich habe hier 20.000 Soldaten, damit mache ich die jetzt fertig. Wenn du angreifst... Hier, zehn Stück. Damit müsst ihr was machen. Hier können die sich wahrscheinlich dranlehnen. Gucke ich gleich mal. Wie lautet der Plan? Da können sie sich dranlehnen. Könnte ich direkt den König töten. Was sagt ihr, Marlund? Wo ist der Fall? Dann muss ich auch hier nicht vorbei. Ja, Sire? Müssen gebündelt ankommen ungefähr, wenn die anfangen zu schießen. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Sollten auch die kommen? Unsere Sehnen sind gewachst. Aber ich hasse diese bescheuerten Katapulte. Mit erhobener Haupt! Männer an die Waffen! Auf die Plätze, Männer! Bereit! Hä? Unsere Schwerter sind die Euren! Dein Gesicht ist blockiert! Sire, befehle ich uns! In Bewegung! Neue Befehle, Sire! Los an den Wall! Auf euren Befehl! Rauf auf die Bälle! Erwarte Befehle! Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! Wir kämpfen, Tampfer! Was sagt ihr, Marlund? Gut, dann macht das Ding schon mal weg und der König dürfte sich jetzt nicht mehr wehren können. Werdet ihr uns brauchen? Das müssten eigentlich zu viele sein. Gebt uns nur ein Ziel. Genau. Männer an die Waffen! Pass auf ihn dann. Ihr müsst alles vernichten. Gut und alle, die passieren! Jetzt müssten sie eigentlich den Rest hier auch noch aufräumen können. Okay. Geschafft. Die Heuneburg. Als nächstes laut Delsen und Festungen der Heuneburg zu schützen. Gegen... Ui! Die werden unsere Defensive zerknicken wie nichts, glaube ich. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen. Ich schicke die übrigens absichtlich alle vor. Wir sind bereit. Rauf auf die Welle! Da haben sie für mich halt den größten Verteidigungswert. Bogenschützen. Vorbereiten! Ja, Sire. Unsere Sehnen sind gewachst. Die sollten möglichst nicht schießen. Gebt uns nur ein Ziel. Weil das hat die meisten Verluste für uns. Seht ihr? Euer Zeichen, Sire. Bogenschützen. Kann das hier keiner anzünden? Wir sind eure Leute. Hey. Rauf auf die Welle! Es geht nicht. Eure treuen Bogenschützen. Bitte. Hä? Wieso kann ich das nicht anzünden? Egal. Unsere Bögen werden singen. Wir sind bereit. Bogenschützen, vorbereiten. Schieß mal die Bogenschützen da hinten weg. Die fallen mir nicht so. Ja, Sire. Unsere Sehnen sind gewachst. Ach, die kommen nicht mehr runter. Okay. Gebt uns nur ein Ziel. Euer Zeichenseier. Bogenschützen? Bereit machen. Wir sind eure Leute. Ja, Herr. Lanzen vorwärts. Zurück bleiben, Speere. Eure treuen Bogenschützen. Ah, die machen das schon. Unsere Schwerter sind die Euren. Bleibt mal zurück. Ich brauche euch hier hinten. Hat der Schwertkämpfer? Also wenn es jetzt nicht viel mehr wird, dann schaffen wir es so. Obwohl die hier schon einiges aushalten. Ach so, die können die ja einreisen. Das habe ich vergessen. Ist ja bloß Holz. Holz kann ja eingerissen werden. Aber trotzdem schaffen sie das jetzt. Oh, ich komme. Schwertkämpfer. Müssen wir trotzdem packen. Neue Befehle, Sire. Wieder marschieren wir. Auf euren Befehl. Ich bin eine Defensive. Und euch auch. Ich möchte euch nämlich bitte einsetzen, wann ich möchte. Unsere Bögen werden singen. Wir sind bereit. Speere hoch. Die wären unser Hauptproblem, glaube ich. Ich hätte euch auch gerne unten. Ich möchte sie bitte gebündelt einsetzen. Nach Möglichkeit. Und die Ehre Roms. Geht mal zurück. Das war's für die. Das macht so viel Schaden. Hoffe ich doch. Ansonsten, ich gehe mal vorsichtshalber ein bisschen weg. Wir haben ja doch nicht so viele Schwertkämpfer. Vielleicht kann ich sie ein bisschen... Oh, das ist ja auch doof gelöst hier. Aber jetzt was gehen wir hier rüber. Da kann man das Feuer vielleicht rausnehmen. Aber ich glaube, wir schaffen es. Oh, ich werfe mich todesmutig in den Kampf. Weil ich so ein Held bin. Das war eigentlich auch okay. Kann man hier verlieren? Ey, was macht denn der hier? Habt ihr das gesehen? Ich bin los geht's und lenses. Und los hat uns das hier hin. Und ich bin- Höfe ich mir das mit. Und ich glaube, dass das gerade anwunft entwickelt. So. Okay.